Der Subaru Legacy steht hier zum Verkauf. Der grüne Kombi hat 5 Türen und bietet 5 Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 165.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2004. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Dachrailing, Anhängerkupplung, elektrische Fensterheber, Multifunktionslenkrad, elektrischer Seitenspiegel und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 165 PS an das Schaltbetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 8,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017